Ich bin die Sarah und ich bin eine von vielen Kollegen von der Kunstwerkstatt Medien. Wir arbeiten mit internen und externen Kundenschauen und das dauert uns gut. Und eine von unseren Haupttätigkeiten ist auch die Zeitung Ich und Wir. Die Zeitung Ich und Wir ist von und vier Menschen mit Beeinträchtigungen. Die Zeitung kommt viermal im Jahr raus und die Texte, die was wir schreiben, die schreiben wir selber. Und das schreiben wir um in leichter Sprache. Wir schreiben auch über verschiedene Themen und wir machen auch Interviews für die Zeitung Ich und Wir. Es ist immer ein Rezept drin zum Nachkochen. Es sind Fotos drin, Zeichnungen drin und auch UK-Symbole, die wir auch hier in der Kunstwerkstatt Medien machen. Wir machen bei der Zeitung auch die Redaktionssitzungen. Und wir erzählen gemeinsam, welche Berichte und Texte in unserer Zeitung ein Ding kommen. Also die Zeitung, die wird woanders gedruckt, aber Falten und Klammern, die ist dann nicht da herinnen in der Kunstwerkstatt Medien selber. Und wir dann selber versenden unsere Zeitung Ich und wir. Die zweite Haupttätigkeit, was wir da machen, ist auch zum Beispiel die unterstützte Kommunikation. Also das heißt, wenn sich jemand nicht verständigen kann, da gibt es Möglichkeiten dazu, wie zum Beispiel die einfache Sprache. Da gibt es Symbole und Fotos. Und es gibt auch elektronische Hilfen und noch viele mehr. Was wir auch dann da in den Medien, ist auch Fotografieren. Und die Fotos, die dann wir da herinnen bearbeiten in verschiedenen Fotoprogrammen. Wir machen auch da herinnen Sokosleifen und Manosleifen. Also die Sokosleifen und Manosleifen, die gestalten wir selber. Und man kann auch persönliche Sokosleifen und Manosleifen bei uns machen lassen. Wir machen auch da herinnen zum Beispiel Einladungen und Geburtstagskarten. Und wir dann auch Schulhefte versenden für Sehbeeinträchtigte. Also wir sind nicht nur ein Commuter. Wir haben auch so Bürodienstleistungen da herinnen. Und da tun wir zum Beispiel Leimen und eine Klammerl. Hier dann auch Falten und Knutten. Hier dann auch Laminieren, Lachen und Schneien. Und was wir auch voll gerne tun, ist auch digitalisieren. Und wir dann auch da herinnen auch binden und spiralisieren. Ich bin voll gerne da in der Kunstbechstag Medien, weil es da sehr nette Kollegen gibt. Die, was ich voll gerne mag. Und auch, dass wir immer zusammenhelfen und zusammenhalten. Das schätze ich sehr. Und ich bin auch eine, ich lerne auch voll gerne neue Sachen. Darum bin ich auch voll gerne in den Kunstwerkzeugen mit denen. Und ich mag doch nie aufhören.